hallo meine freunde und herzlich willkommen zur 50 folge vom community server und für heute habe ich mir mal was ganz besonderes überlegt es kommen ja immer mehr leute dazu und der server wird immer größer die einzelnen königreiche werden immer größer und man checkt schon gar nicht mehr was hier jetzt eigentlich abgeht deswegen will ich dieses besondere video dazu nutzen mal den ganzen server zu erklären angefangen von den shops über server tour zu den farmen das mal so alles in einem video ist ich werde dieses youtube feature nutzen mit diesen kapiteln das heißt wenn ihr unten in die rote linie da guckt dann seht ihr da welches kapitel jetzt gerade läuft und könnt dann auch gucken was euch interessiert wenn jetzt nur für die tour hier seid dann es gibt halt zur tour zu den einzelnen königreichen wenn er jetzt da seid um mal zu wissen wo die farmen sind dann schaut die farm an und so weiter ich werde hier alles erklären wird wahrscheinlich auch dementsprechend lange dauern ich weiß natürlich jetzt im vorhinein noch nicht wie lange das video geht deswegen ja werdet ihr das sehen also gehen wir einfach mal davon aus ihr joint hier ganz neu auf den server dann werdet ihr ein buch bekommen mit den koordinaten wo ihr welches königreich finden könnt außerdem stehen die auch noch mal hier hinten auf der auf diesem kleinen brett hier von jedem wichtigen ort von farmen zu königreichen stehen hier einmal die nether koordinaten wir haben es bei uns so dass der nether hub auf der bedrock decke ist das heißt ihr seid da sicher da sind keine viecher und so weiter auch der 1.16 nether ist bei uns am start außer unter dem spawn da ist noch der alte nether aber ihr müsst nicht weit gehen und dann kommt ihr in den 1.16 nether und ihr seht schon wir sind hier eben oben das hier ist das spawn portal erkennt ihr weil spawn dran steht und hier stehen auch überall so schilder rum also wenn ihr nicht wisst wo lang dann einfach ein paar schilder lesen da hinten geht es dann weiter zur goldfarm und so weiter da kommen aber nachher zu und ja also soweit zum nether hub gehen wir noch mal zurück zum spawn dort haben wir ja unsere kleine unsere kleine handelskammer wir haben ja dieses roleplay projekt darüber solltet ihr allerdings bescheid wissen wenn ihr auf dem server seid das steht ja alles im discord und jedes königreich kann ja hier seine sachen verkaufen dies eben anbauen darf und die dies nicht anbauen dürfen können sich hier sachen kaufen zum beispiel mein shop ist hier einmal der tree shop ich verkaufe spruce acacia und dark oak zusammen mit einem haufen blättern und ihr könnt halt immer gerne hinkommen jetzt stehen hier immer die preise auf dem schildern oder auch hier vorne auf dem schwarzen brett in dem buch drin was ich alles so verkaufe mit den ganzen preisen könnt ihr euch eben durchlesen auch von den anderen königreichen oder halt auch euren eigenen shop aufmachen müsst ihr aber dann noch mit mir absprechen und dann könnt ihr hier eben sachen kaufen oder eben in einem eigenen shop verkaufen gut dann hier gibt es halt alles mögliche an items könnt ihr euch mal umschauen was es dann so gibt hier noch im bau die trading hall ich vermute es wird einige von euch geben in der zukunft wie das sehen da ist das ding dann fertig habt ihr auch den direkten vergleich und einmal zur erklärung hier sind villager drin von so ziemlich jedem beruf der irgendwie nützlich ist und ihr seht ihr auch auf den schildern was die bringen und dann könnt ihr hier eben eure enchantments zusammen kaufen oder essen bei den farmern oder was weiß ich bricks bei den masons die hier noch reinkommen werden und so weiter also hier könnt ihr eben mit euren villager handeln hier bekommt auch jeder sein eigenes abteil quasi von dieser trading hall hier sind ja immer diese kleinen abteil hier werden dann villager drin stehen und jedes königreich oder vielleicht auch jeder spieler bekommt hier seine eigenen villager die auch durch zombifizieren dann billiger machen kann und dann hier seine eigenen trades rausholen kann hier hinter kommt dann auch schon der hafen story mäßig ist es ja so dass die königreiche überall auf der minecraft welt hier verteilt sind und eben mit ihren schiffen zum spawnen kommen um dann hier die sachen zu verkaufen ja natürlich direkt das augenmerk das schiff von wintersons absolut das größte schiff was ich je gesehen habe dann haben wir hier noch ein etwas kleineres schiff von margenia und hier hinten hat sich talmor einen platz reserviert und ich habe mir hier also ich bin aus archeron also solltet ihr eigentlich wissen hat mir diese beiden plätze hier reserviert es ist so dass kein platz mehr frei ist außer hier auf der seite aber ich vermute wenn ihr hier ankommt dann wird hier auch schon irgendein schiff stehen deswegen nur so zur info das ist quasi so unsere story von dem ganzen was so am spawn abgeht dann kommen wir zum nächsten kapitel in der liste das wären unsere öffentlichen farmen die jeder benutzen darf es gibt als allererstes wahrscheinlich sieht es jeder direkt die eisen farm die schwebt hier am himmel ist glaube ich auch die älteste farm hier wir haben die eisen farm gebaut um die gold farm zu finanzieren also den minecars und die hopper also ewig alt wahrscheinlich dezember 2019 wurde die gebaut funktioniert einwandfrei hier darf jeder hinkommen und sich hier aus den kisten erstens bone meal nehmen und zweitens natürlich das eisen hier ist ja so gut wie alles voll hier hinten sind auch noch blöcke drin aber nicht mehr ganz so viele aber eisen ohne ende die farm läuft 24 7 da das ding hier in den spawn chunks steht und hier einfach immer eisen durch läuft ja soviel zur eisen farm ihr seht ihr auch noch mal bei diesem lektron hier am spawn wo die ganzen anderen farmen sind natürlich hier die eisen farm eben in der oberwelt dann gibt es noch eine gold farm das bei der farm eine willer plattform also ist keine willer farm sondern will das glatt plattform wo ihr dann eure skelette selber noch weg klatschen müsst ich würde sagen wir gehen als nächstes mal zur spider farm die ist etwas unbekannt und auch nicht mehr die beste farm wir haben jetzt mittlerweile beziehungsweise für mich seit heute eine piglin bartering farm und da bekommen wir auch strings ohne ende die spider farm war hier hinten in diesem portal könnt ihr sehen spider farm und obsidian abbau ist jetzt beides komplett überflüssig geworden die piglins geben so viel obsidian und strings das ist unglaublich hier könnt ihr einmal stehen da unten ist ein spider spawner eingebaut und ja die spider kommen halt hier hoch oder könnt ihr die wegklappen ist auch leer also wenn ihr nur zwei drei strings braucht dann kommt er hierher wenn ihr stackweise strings braucht dann geht an die piglin farm die findet ihr wenn ihr eben hier am nether hub entlang geht einmal dem schild folgen hier hinten ist einfach ein riesiger turm ihr könnt auch hier den minecart aufzug nehmen dann könnt ihr einfach hier unten rein gehen ich denke das weiß jeder wie funktioniert hier hoch gucken rechtsklick gedrückt halten und einmal nach ganz oben zur goldfarm so dann einmal aussteigen und hier nach oben klettern ich erkläre dir einmal kurz sollte nicht allzu lange dauern also ihr seht es xp ohne ende wir haben hier ein dreizack der goldfarm start booster den könnt ihr euch einmal nehmen und hier auf dieses scaffolding gehen und an einen von den piglins hier abschießen wichtig nicht die eisen golems abschießen und auch nicht die piglins die da draußen auf den glas blöcken stehen abschießen die haben nämlich name tag und wenn die nicht mehr da ist dann funktioniert die farm nicht mehr deswegen die normalos abschießen die jetzt hier rum rennen einmal abschmeißen alle werden angry dann stellt ihr euch hier auf diese jungle trapdoor macht den dreizack wieder hier rein und dann könnt ihr theoretisch jetzt afk rumstehen sollte auch immer funktionieren ohne probleme die piglins fallen hier rein wichtig als spieler wenn ihr da rein fallt seid ihr tot es gibt genug leute die hier immer wieder in diese killing chamber rein rennen die tut wofür sie da ist sie bringt alles um was da rein fällt ob es jetzt ein huhn ein zombie ein zombiefight piglin oder ein spieler ist es ist einfach tot deswegen nicht da rein springen ihr könnt hier auch alles nutzen also die anvils müsst ihr halt nur gucken dass ihr die nicht kaputt macht also ihr seht die sind schon ganz gut abgenutzt wenn hier einer kaputt geht dann natürlich replacen aber ist ja kein ding wir haben ja eine eisen fahren ihr könnt ihr auch euer zeugs zum entschalten hier mal rein machen natürlich nicht hier rein müllen es ist kein müll aber ja auch einer chest alles mit dabei xp kommt hier raus ohne ende dann hier unten ist das lagersystem solltet ihr doch mal in so ein killing dings reingefallen sein dann kommen eure items hier hinten wieder raus wo jetzt die ganzen goldschwerter liegen da sollte dann euer zeug auch wieder rauskommen dann gibt es hier unten einmal das lager das sind eben diese ganzen kisten hier die hier werden meistens leer sein das sind die gold ingits die gehen nämlich direkt runter zu den piglins zum handeln die gold nuggets die werden wahrscheinlich voller sein hier könnt ihr immer gold rausholen und was weiß ich zu blöcken craften wofür er halt gold braucht roten flash müsst ihr immer ab und zu abchecken und wenn sie voll sind so wie jetzt dann zur trading hall gehen und dieses roten flash zu emeralds umwandeln damit hier das lager nicht überläuft theoretisch könnte es überlaufen es ist ein überlauf schutz drin also wäre es nicht allzu schlimm aber ätzend ist es trotzdem irgendwann müssen wir auch diese ganzen kisten mit schalker boxen replacen dass wir eben genug lagerplatz haben und auch die sachen immer mitnehmen können und woanders handeln dann enchanter mit grindstone zum disenchanten auch lapis ist ja glaube ich mit drin genau könnt ihr immer benutzen dann haben wir gucken uns erstmal das hier oben an die piglin bartering station die habe ich jetzt heute erst gebaut relativ simpel funktioniert voll automatisch das gold aus der gold farm wird zu denen gedroppt die handeln damit und was sie handeln endet hier unten in diesen kisten da ist ein bisschen blöd hier reinzukommen jetzt müssen wieder eins runter es ist etwas kritisch mit diesem aufzug aber es geht ja werdet ihr alles vorfinden vor allem hier ihr seht soul speed 3 mal wieder diese schuhe crying obsidian normal obsidian leder hier eben die strings die ich vorhin meinte ender perlen soul sand gravel habe ich ja auch schon gesehen also ihr müsst nicht lang afk stehen und das ding hier unten füllt sich auf ja auch quarts quarts vor allem auch gut für die trading hall die wir jetzt gerade brauchen ja zum bauen eben aber ja hier findet ihr eben diese ganzen items also ihr müsst kein leder mehr fahren kein kies mehr fahren kein obsidian vor allem ist es sehr sehr praktisch also hier gibt es wirklich einfach alles wenn ihr runter kommen wollt könnt ihr entweder hier den minecart aufzug rein oder ihr seid so wie ich springt hier runter mit der elytra und macht die elytra auf und fliegt damit weiter zur nächsten farm und das wäre die wo der skelett plattform ihr seht wir müssen von der goldfarm aus richtung westen und dann sollten wir hier bei einem gang ankommen der dann hier ist ihr seht weg man kann laufen oder fliegen zu diesen scaffoldings und dann kann man hier runter und jetzt sind wir eben unter der nether decke und können zur wither skelett plattform dann müssen wir einmal die treppe hier runter dann nach rechts hier ist auch wieder schild ihr seht der alte nether ja ist jetzt nicht mehr ganz der hübscheste aber er tut's und dann müsst ihr einmal hier rüber rennen und dann einmal dieser cobblestone linie folgen mit einer elytra ist es natürlich entspannter und dann kommt ihr hier auf diese riesige plattform und hier könnt ihr rumrennen und von blazes gekillt werden oder eben willer skelette jagen bis ihr die ganzen köpfe bekommt übrigens die game rule fire tickt ist auch aus deswegen werden blazes hier immer das feuer halt hin machen und das feuer geht nie wieder aus es ist ein bisschen blöd aber naja dafür brennen eure gebäude nicht ab so man kann auch hier hinten durch dieses nether portal gehen und dann durch die ein bisschen durch die oberwelt gehen und dann zu einem anderen nether portal ich zeige euch das mal eben dann kommt man hier ran einmal nach hier hinten dann einmal hier rein dann hier hoch fragt mich nicht wieso dieses portal da oben ist ich habe sie nicht hingestellt dann hier rein und dann kommen wir hier raus und jetzt müsst ihr einmal die cordis euch anschauen wichtige info der spawn oder der nether hub ist bei 0 0 das heißt wir gehen jetzt hier einmal richtung osten und ein bisschen richtung norden dann wir können auch einfach den fackeln hier folgen hier seht ihr auch schon das portal von wintersunds das werden wir uns gleich noch mal anschauen in der server tour dann und dann kommt ihr eben wieder zum spawn das werden werden soweit unsere drei wichtigsten farben gewesen eisen gold und wither skelette die einzelnen materialien dann an sich könnt ihr eben immer bei den einzelnen königreichen im shop kaufen kommen wir zum nächsten punkt auf der liste das wären einmal die verschiedenen datapacks spielregeln also game rules nicht jetzt die verhaltens regeln sondern wie das spiel eingestellt ist und ressourcen pakete die ihr benutzen solltet um dasselbe zu sehen wie alle anderen auch zum beispiel mein texture pack logischerweise weil es auch mein server ist hier macht zum beispiel das eisen dunkelgrau und nicht mehr so eisen mäßig wie es davor war nur so als beispiel aber ich würde sagen fangen wir an mit den game rules die kennt ja jeder wir haben die pillager patrols ausgestellt normalerweise spawnen ja immer diese random dudes mit den crossbows mit dem banner die einem bad omen geben und so weiter das wird euch hier auf dem server nicht passieren wenn ihr bad omen haben wollt gibt es verschiedene pillager outposts unter anderem ist einer hier hinten das ist so ziemlich der am nächsten gelegen von den allen hier müsst ihr einmal über diesen berg entweder laufen oder fliegen und dann steht er schon hier hinten und dann könnt ihr diese typen weg klatschen bis ihr bad omen bekommt weil diese pillager patrols die haben wir ausgestellt weil sie halt einfach nervig sind wenn da ständig diese besucher da sind die man nicht haben will die nächste game rule habe ich vorhin schon erwähnt ist fire tick dass sachen eben abbrennen haben wir auch ausgestellt dass es eben keine großen waldbrände oder was weiß ich was gibt und man auch lava in gebäuden verbauen kann und dass es halt gut aussieht weil unser hauptziel ist ja nette sachen bauen ansonsten die game rules sind ziemlich normal keep inventory ist natürlich aus also wenn ihr sterbt verliert eure sachen ganz normal und auch sonst sind keine großartigen ähm spielregeln jetzt irgendwie deaktiviert sonst ist alles relativ vanilla mäßig dann die datapacks die wir haben kann ich euch auch einmal hier zeigen datapack list ähm sind ziemlich viele natürlich vanilla logischerweise multiplayer sleep funktioniert so wenn mehrere spiele online sind und es ist nachts so wie jetzt gerade da muss nur einer schlafen damit es wieder tag wird remove hostile mobs in area das ist quasi unser protection zone buch das könnt ihr bekommen kann jeder bekommen nicht nur ich als admin protection ne slash trigger protection book so einmal eingeben kann jeder eingeben bekommt er dieses buch dann könnt ihr eine protection zone erstellen das ist einmal hier eben gibt es diese vier ne fünf commands für euch nur vier admin setup juckt euch nicht klick hier einmal protection zone erstellt in dieser zone können in dem 64 block radius keine monster spawn beziehungsweise sie spawnen aber sie werden ins void teleportiert deswegen könnt ihr wie hier am spawn auch bei nacht unbehelligt rumrennen und es wird euch kein creeper in die luft jagen dann gibt es das nächste das wäre einmal hier remove zone logischerweise macht die zone wieder weg man kann die zone auch verstecken also ihr habt ihr immer diesen name tag das ist vielleicht ein bisschen nervig dann könnt ihr hier einmal hide zone und dann ist der name unsichtbar aber die zone ist immer noch da wenn ihr vergessen habt wo eure zone steht dann könnt ihr hier auf reveal zone drücken und dann werden euch alle protection zones in einem radius von 70 blöcken angezeigt die man jetzt wieder weg hier das wäre soweit das protection zone buch dann was haben wir noch tridents o plenty die standard drop rate von tridents ist ja relativ niedrig das heißt so ein dreizack ist ziemlich selten wir haben das geändert ein dreizack drop zu 100 prozent das heißt wenn ihr einen drowned findet der euch mit drei zacken abwirft dann könnt ihr den klatschen und ihr bekommt so 100 prozent den dreizack dann was haben wir noch book of heads das ist von shadow einer meiner ritter der königsgarde aka admin auch wieder slash trigger dann das book of heads könnt ihr einmal auswählen deutsch oder englisch ich nehme jetzt mal die deutsche version da haben wir einmal ein schönes interface und es gibt verschiedene köpfe die er zum dekorieren benutzen könnt einmal alle spielerköpfe von den teilnehmern dann die mob köpfe freundliche mobs und so weiter könnt ihr euch durchlesen ähm ja steht auch alles hier in seinem intro mit drinne dann gibt es als nächstes noch das ähm die armor statues das armor statues data pack ist übrigens von vanilla tweaks wer das nicht kennt ist eine ziemlich geile webseite wo man sich crafting rezepte data packs und ressourcen pakete zusammenstellen kann da haben wir armor statues her gibt es auch in hermit kraft kann man zum beispiel items so aufhängen wie wir diese netherite pickaxe aufgehangen aufgehangen aufgehängt haben ja auch ganz gut zum dekorieren bekommt ihr mit slash trigger es dann bekommt ihr diese nachricht in chat und hier könnt ihr einmal get the book by clicking hier machen und dann habt ihr dieses buch mit den statuen als nächstes haben wir plated elytra vielleicht habt schon der ein oder andere gesehen ich habe volle rüstungspunkte ne ihr seht's obwohl ich eine elytra aufhab das liegt daran dass man eine elytra kombinieren kann mit einer brustplatte dazu müsstet ihr einfach nur auf einen ambass droppen ne ich suche mal eben ein ambass hier ist perfekt hier ist einer da schmeißt ihr die elytra drauf ich nehme jetzt mal den fisch und eine chestplate so und dann werden die sich kombinieren zu einer plated elytra ähm ihr übernehmt dann die verzauberung von der chestplate also ihr solltet die eventuell vorher die chestplate verzaubern und dann mit der elytra kombinieren und dann habt ihr eben volle rüstungspunkte und auch die ganzen eigenschaften von der rüstung nur könnt ihr auch gleichzeitig noch rumfliegen dann haben wir hier das bonus advancements data pack auch wieder von shadow in euren advancements habt ihr eben noch eine zusätzliche rubrik mit den büchern dann einmal äh armor statues als advancement book of heads book of coordinates und das protection book und hier gibt's auch einmal ein advancement wenn man die verschiedenen königreiche dann besucht dann braucht ihr natürlich noch das book of coordinates logischerweise fehlt jetzt noch bekommt man mit slash trigger book of coordinates book of coordinates ähm genau da seht ihr einmal die koordinaten von allen verschiedenen königreichen und farmen nochmal aufgelistet das buch bekommt ihr auch wenn ihr das erste mal auf den server joint falls ihr jetzt schon drauf seid dann könnt ihr das eben über den command noch bekommen dann haben wir noch climbable things auch wieder von shadow man kennt's man kann an zäunen hochklettern da hat mich gebeten dieses data pack hier mit drauf zu machen weil er drüben bei seinem schiff ja die zäune als ähm seile quasi genommen hat und dass es auch sinn macht kann man da jetzt auch hochklettern genauso wie an leitern mobs und anderes kann hier nicht hoch nur spieler und man kann auch nicht drüber also der die funktion von dem zaun ist immer noch erfüllt aber man kann hier eben hochklettern und jetzt zum beispiel bei seinem schiffchen bis nach ganz oben kommen dasselbe funktioniert auch mit ketten ich habe jetzt gerade keine da aber an ketten könnt ihr genauso hochklettern dann habe ich jetzt noch das data pack für die double schalker shells relativ selbsterklärend ein schalker droppt immer zwei shells das ist sehr sehr praktisch weil wir auch so viele spieler sind da ist es immer von vorteil wenn man mehr schalker shells hat weil ja auch jeder mit schalker boxen immer rumrennt dann kommen wir zu den zwei etwas größeren data packs das ist einmal das vanilla tricks pack an sich mit den ganzen crafting rezepten und noch mein eigenes mit denen noch mal ein paar anderen crafting rezepten ich würde sagen wir fangen mit dem von vanilla tricks an also ich leihre euch einmal die liste runter ich muss jetzt nicht hier zeigen dass es alles funktioniert es geht einfach davon aus dass es funktioniert wir haben drauf wool to string das heißt man kann wolle wieder zu strings craften universal dying das heißt man kann bereits gefärbte sachen weiter benutzen um andere sachen zu färben das ist normalerweise nicht so wenn du da einmal eine wolle gefärbt hast dann ist sie verbraucht dann haben wir uncraftable nether ward block das heißt man kann nether warzen ja in blöcke craften aber diese blöcke kann man auch wieder zurück craften dann uncraftable ice genau dasselbe man kann ice zu packed ice bzw blue ice machen und das auch wieder zurück zu normalem ice craften renewable coral blocks man kann die korallen blöcke die ja normalerweise nicht erneuerbar sind erneuern indem man diese fans also diese kleinen seiten dinger die da abstehen im crafting table zusammen kraftet in einem 2 x 2 fällt dann more stairs man bekommt statt vier stairs immer acht egal von welcher art man bekommt ok es muss noch ändern more bricks ist raus wir hatten data pack drauf dass man statt einem brick vier bekommt ist immer noch einer beziehungsweise wieder einer dropper to dispenser man kann ein dropper aufrüsten zu einem dispenser man kann kraftable gravel das heißt aus vier flint kann man einen gravel kraften aber ist sowieso ziemlich witzlos weil wir auch die piglin farm jetzt eben haben black die wolf charcoal man kann charcoal bzw kohle als schwarzen farbstoff benutzen dann back to blocks das ist ziemlich ziemlich cool man kann slabs und stairs zurück zu blöcken kraften habe ich gerade zufällig was hier hier sind zum beispiel ein paar slabs ähm kabel slabs nebeneinander geplaced gibt dir ein kabel stone dasselbe funktioniert auch mit den stairs bekomme ich jetzt gerade genug zusammen tatsächlich also ich bekomme ihr seht 8 stairs und kann mir hier daraus wieder blöcke kraften mega geiles teil dann vier bark blöcke das heißt normalerweise kann man ja die stämme also man kann vier stämme zusammen zu diesen bark blöcken machen die dann rundherum die holztextur haben bekommt man auch vier statt drei zwölf trapdoors man bekommt statt zwei trapdoors zwölf das ist sehr sehr praktisch dann noch mein eigenes data pack also das war jetzt alles vanilla tricks mein eigenes die course dirt slab die auch hier aufgebaut ist die ehemals petrified oak slab sieht jetzt nur aus wie die ähm course dirt slab durch das ressourcen paket da kommen wir jetzt gleich zu und ihr könnt eben course dirt daraus craften oder halt auch die course dirt zu slabs machen in meinem eigenen data pack sind nicht ganz so viele coole sachen drin aber schon ein paar ihr könnt die soul torches und soul lanterns die es jetzt seit der 1 16 gibt herstellen indem ihr eine normale fackel upgradet indem ihr ein ähm soul soil block darunter platziert normalerweise bekommt man die ja nur mit kohle stick und soul soil man kann jetzt auch eben eine laterne oder eine fackel mit soul soil zu dem sälen gegenstück kraften dann habe ich auch noch mit drauf hier ähm dass man mit quarts mehr machen kann das kann ich euch hier hinten am besten zeigen bei der trading hall hoch fast gestorben man kennt ihn ähm hier zum beispiel jetzt die quartz pillar kann ich weiter craften normalerweise ist ja nur mit den normalen kurz blöcken hier könnte ich jetzt zum beispiel die quartz bricks draus machen aber ich kann hier auch kurz pillars mit benutzen und genauso gut auch jeden anderen block also ich könnte auch aus den quartz bricks jetzt hier die pillars machen und so weiter aber ich denke das wäre es mit den data packs erstmal gewesen machen wir weiter mit denen ressourcen paketen also die ressourcen pakete die ihr benutzen solltet oder könnt ihr müsst nicht denn verschiedene ich erkläre die euch mal eben es gibt zum einen ein standard ressourcen paket für den server das aktiviert ihr indem ihr hier eben bei dem server dieses server resource packs auf enable drückt oder auf prompt dann trägt ihr euch ob ihr es haben wollt wenn ihr auf enable drückt dann bekommt ihr es eben automatisch runtergeladen ihr könnt auch disablen wenn euch dieses laden dann immer nervt und euch das texture pack auf meiner webseite runterladen bzw auf planet minecraft ist in der video beschreibung verlinkt könnt ihr euch angucken so aber dann habt ihr das auch installiert und dann habt ihr keinen trouble mehr dann läuft auch alles dann das ist einfach das einfachste wenn ihr es ganz simpel haben wollt wenn ihr es euch selber zusammen basteln wollt die ressourcen pakete gibt es mehrere zur auswahl ich kann euch das mal eben zeigen das hier ist eben meins entweder steht hier world specific resources mit so einem cobblestone icon oder eben meins ist dasselbe dann das vanilla tweaks pack habe ich auch alle im discord verlinkt könnt ihr eben das benutzen kennt ihr hier an dem logo normalerweise sieht es so bei euch aus ich habe es noch etwas abgeändert aber normalerweise steht hier irgendeine zahl das solltet ihr dann hier als zweites einstufen dann je nachdem ob ihr da lust drauf habt oder nicht dramatic sky für die 1.14 verändert einfach nur den himmel funktioniert aber nur mit optifine und da wir gerade keinen optifine haben ja sieht der himmel hat aus wie aussieht nur sonne und mond sind eben etwas hübscher ja dramatic sky ziemlich cooles texture pack dann gibt es noch additional elytra das solltet ihr euch dann als könnt ihr euch auch als zweites als drittes ranken und das als viertes dann könnt ihr elytra umbenennen und die sehen anders aus sollten natürlich alle dieses pack benutzen da dann für alle die sachen anders aussehen deswegen ja sonst ist es ja witzlos dann könnt ihr eine ziemlich coole elytra haben wenn ihr kein optifine cape habt und eben damit rumbrennen ich habe jetzt ein optifine cape und außerdem braucht das ding optifine deswegen funktioniert jetzt noch nicht aber optifine für die 1.16 ist in der mache wird denke ich bald rauskommen dann habe ich hier auch noch mein nether tweaks pack wenn ihr wollt könnt ihr das auch mit benutzen solltet ihr dann hier drüber ranken und dann könnt ihr auch mit meinen nether texturen spielen ich habe jetzt noch mal raus weil ich noch mit den vanilla nether texturen spielen will aber irgendwann werde ich das auch mal mit rein bringen dann gibt es verschiedene musikpakete ich habe verschiedene erstellt einmal game of thrones einmal minecraft dungeon soundtracks die normalen lieder und die two steps from hell sounds könnt ihr euch eins auswählen es gehen nicht mehrere zusammen dann nimmt es immer das was am höchsten gerankt ist ich mache jetzt einfach mal spaßes halber hier die normalen lieder die müssen wir dann eben einmal nach ganz unten ranken und dann auf dann drücken außerdem solltet ihr dann bei sprache noch was auswählen und zwar die englisch us sprache und dann bekommt ihr auch hier bei den musik schallplatten die richtigen namen angezeigt es gibt hier noch in so command blöcken bald welches umbauen die schallplatten und die könnt ihr euch eben dann einmal holen ich sehe auch die schilder stimmen glaube ich gar nicht mehr wir nehmen jetzt einfach mal keine ahnung das stimmt sogar noch können wir hier rein machen da war jetzt noch was drin und dann können wir eben die lieder anhören die auf den schallplatten sind da könnt ihr euch dann immer ein pack auswählen und euch die anhören wenn ihr wollt dass alle spieler selber hören sollt ihr natürlich reinschreiben ja lass mal das und das hören mit dem und dem texture pack und dann funktioniert es auch übrigens kleine info wenn ihr hier am spawn seid dann und müll habt dann macht es auch in die mülleimer ja dafür sind sie da und nicht einfach random items irgendwo hin bauen oder was weiß ich wie mülleimer reinschmeißen gut ist ein zusätzliches feature von dem minecraft dungeons musik pack dieses hier ist auch noch dass es die hintergrundmusik wie sonst so in minecraft läuft ersetzt durch minecraft dungeons hintergrundmusik also wenn ihr die in minecraft haben wollt dann müsste natürlich das pack noch auswählen und hier nicht vergessen die musik anschalten auf keine ahnung machen wir einfach mal entspannte 50 prozent vielleicht hören wir gleich irgendeinen coolen soundtrack da ich dieses vanilla tweaks texture pack hier nicht einfach so selber als download machen kann erzähle ich euch einfach was ihr alles auswählen solltet bei der vanilla tweaks webseite bzw ich kann euch auch mal kurz die webseite zeigen so einfach vanilla tweaks googeln hier drauf gehen dann kommt eben auf diese seite hier könnt ihr ressourcen pakete dann oben einmal anklicken und dann hier die pakete auswählen die ihr haben wollt also was haben wir ich habe einmal different stems dieses black nether bricks ist in meinem eigenen texture pack schon mit drin also different stems haben wir dann haben wir noch die roten eisen golem blümchen die endlosen end rods dann haben wir noch die besseren particles oder alternativen particles dann die side way nuggets habe ich in meinem eigenen texture pack mit drin also das hier nicht auswählen classic netherite armor ah dann sieht die so aus okay haben sie sogar jetzt ganz neu also es gibt ein paar coole packs könnt ihr eben euch ein paar auswählen ich sage euch jetzt nur die wichtigsten hier ist jetzt nix wirklich wichtig aber mal hier lower grass und so weiter könnt ihr auswählen wie ihr wollt auch hier haben sie sogar für crimson nilium und so nicht schlecht war schon lange nicht mehr auf der webseite ja die varianten sind halt immer laggy also müsst ihr gucken wie es mit eurem pc geht oder laptop oder was auch immer ihr connected textures solltet ihr nix nehmen da das sonst mit meinen nicht mehr ganz so geil funktioniert die stilleren sachen sind auf jeden fall wichtig weiter dispensers und dropper wichtig ähm quieter minecarts auch sonst fallen euch bei der goldfarm die ohren ab quieter water habe ich quieter nether portal quieter fire villager also ich habe so ziemlich alles leiser gemacht außer ghasts ähm schalker und diese cave sounds habe ich auch noch nicht ähm bei utility könnt ihr eben auswählen was ihr wollt ich persönlich habe gerne die sticky pistons und die hopper ähm der brewing guide ist auch nicht schlecht und dieser visual honey den könnt ihr eigentlich auch noch mal mitnehmen ähm könnt ihr eigentlich echt mal mitnehmen dann haben wir hier noch die unobstrusive könnt ihr auch nehmen was ihr wollt lower fire und lower shield und smaller utilities sind zu empfehlen ähm dann habt ihr eben zum beispiel hier die items in eurem inventar wenn ihr jetzt einen fisch auswählt in der first person oder in der offhand dann ist er sehr sehr viel kleiner als normalerweise das ist sehr angenehm deswegen habe ich das immer gerne mit dabei dann was haben wir noch gucken wir einmal hier 3d könnt ihr auch auswählen was ihr wollt funktioniert auch zusammen mit meinem pack leitern schienen reads iron bars und lillipads habe ich ausgewählt auch türen und vines ähm ob ihr jetzt die 3d tiles und stone cutters haben wollt könnt ihr da noch selber gucken aber diese paar hier funktionieren auch gut mit meinem pack zusammen bei hud könnt ihr nehmen was ihr wollt ist euch überlassen das macht keinen unterschied hier genau dasselbe bei gui ich habe hier noch das dark ui also user interface dass das inventar eben dunkel ist also solltet ihr das in meinen videos sehen dann kommt es daher finde ich einfach mega cool dann blenden das nicht immer so wenn man eine kiste aufmacht ja dann haben wir hier background ist ja euch überlassen ist völlig egal hier gibt es ancient debris als background oh das können wir auch noch mit dazu nehmen panorama im menu könnt ihr nehmen wie ihr wollt retro könnt ihr nehmen was ihr wollt pan einfach ein paar random dinger el mango golden apples habe ich immer mit dabei dass die ähm ja aussehen wie die el mango von el mango dann colorful slime könnt ihr auch nehmen ist relativ egal so wenn ihr dann eure packs ausgewählt habt ich habe euch jetzt gesagt was so das wichtigste wäre drückt ihr hier ganz easy auf download dann bekommt ihr dieses kleine fenster hier dann drückt ihr einmal datei speichern und dann zieht ihr euch das ding auf dem desktop beziehungsweise direkt in minecraft in den ordner dann geht ihr einfach hier options resource packs open pack folder und dann wo haben wir es jetzt da wenn wir auch die datei öffnen in den anderen ordner resource packs genau und da ziehen wir das dann eben einmal rüber ja da haben wir es eben 8 9 müssen wir jetzt auswählen und dann könnten wir das jetzt auch hier nochmal mit zudem ranken und jetzt sollte unser hintergrund nicht mehr aus honig sein sondern gleich aus netherite bestehen beziehungsweise ancient debris ja herrlich nice also so könnt ihr die ressourcenpakete zusammen schnipseln das wäre es eigentlich alles wichtige dazu gewesen dann haben wir natürlich noch unser roleplay hier auf dem server eben das werde jetzt auch nochmal erklären damit da auch alle verwirrungen und fragen endgültig gelöst werden es ist ja so dass es verschiedene königreiche gibt werdet ihr bestimmt schon wissen und jedes königreich darf mit verschiedenen items handeln beziehungsweise sie an und abbauen oder halt ihre breden oder nicht breden wie das ganze funktioniert werde ich jetzt nochmal extra im detail erklären langsam und ich hoffe dass es dann auch jeder verstanden hat solltet ihr fragen haben oder gehabt haben werdet ihr wahrscheinlich jetzt hier auf dieses video verwiesen und dann könnt ihr euch das hier eben angucken deswegen hier die erklärung als allererstes schaue ich wo euer königreich ist in welchem biom ich mache mal eben die excel tabelle auf dazu das hier wäre einmal die tabelle mit den verschiedenen königreichen und ihren rechten ich mache das alles mal am beispiel von archeron das ist eben mein königreich mein biom ist quasi die tiger und dark oak forest und ein normaler wald das heißt ich bekomme das recht auf das tiger bundle das dark oak bundle und das also nicht dark oak dark forest bundle und das bee bundle was in einem bundle drin ist seht ihr in der tabelle für die biome bundles oder eben anderen wenn ihr in dem wald plains oder birch forest seid bekommt ihr bienen weil die da natürlicherweise spawnen dann in der dark oak forest bekommt ihr auch dark oak holz als recht und in der taiga bekommt ihr spruce und sweet berries als recht das bedeutet wenn euer königreich jetzt sagen wir mal wie das von keine ahnung wer liegt nicht in so einem biome eigentlich liegt in so einem biome erosia ist jetzt meine kolonie nehme jetzt die als beispiel liegt in der savanne das heißt ich darf dort keine spruce bäume anbauen keine dark oak bäume keine oak bäume kein dschungel und keine was gibt es noch akazien doch akazien darf ich weil es eben eine savanne ist also abhängig von eurem biome müsst ihr dort auch oder ja solltet ihr da die pflanzen anbauen die da natürlicherweise wachsen das macht halt keinen sinn das jetzt irgendwie in einem in der wüste bambus wächst oder in der wüste normaler baum so deswegen das ist unser roleplay natürlich kann jeder hingehen und sich bambus pflanzen oder alle bäume aber das spaßige daran soll halt eben sein dass jeder in dem biome dem er hockt auch seine pflanzen hochzieht und dann eben handelt mit den anderen um eben die anderen ressourcen auch zu bekommen dann das extra bundle könnt ihr zusammen mit mir dann auswählen das können dann besprechen was ihr haben wollt und so weiter also euer biome ist halt selbsterklärend da wo ihr seid das bekommt ihr gibt es nichts groß zu meckern beim extra bundle gibt es zum beispiel oak und birch logischerweise oak holz wächst so ziemlich überall ihr werdet in den bergen oak finden ihr werdet in dark oak wäldern oak finden und so weiter ich habe ja beispielsweise auch dark oak aber ich habe nicht das recht auf oak also eichenholz ne nur so zur übersetzung ich darf bei mir keine eichen anpflanzen und das ist halt auch der spaß an der sache sonst wird es ja keinen sinn ergeben dass da jeder eichenholz hat und man darf es nicht weiter handeln selbe mit birken aber ich habe dafür das forest bundle was da drin ist seht ihr auch in der forest tabelle das ist dann einmal hier drüben da sind kürbisse drinne hasen wölfe und füchse das heißt bei den tieren ist es noch mal etwas anders als bei den pflanzen wir haben diese regel dass man die sachen nicht rechts klicken darf das heißt ich darf mit oak sage jetzt mal mit einem sapling also mit einem setzling keinen rechtsklick machen ich darf also keinen setzling anpflanzen um neues holz zu bekommen ich darf die bäume die bei mir wachsen natürlich abreißen das ist klar aber ich darf keine neuen anpflanzen bei den tieren ist es genauso zum beispiel jetzt nehmen wir eben die hasen und ich hätte jetzt nicht das recht auf hasen dann dürfte ich die hasen auch nicht rechtsklicken das heißt ich dürfte nicht vermehren ich darf nur die hasen umringen also schlachten oder was auch immer draufhauen mit links klick aber ich darf nicht mit einer karotte rechtsklick drauf machen bei kühen oder schafen ist es noch mal besonders man kann ja kühe melken bekanntlicherweise oder schafe scheren wenn ich nicht das recht auf schafe habe darf ich sie auch nicht rechts klicken das heißt ich darf auch nicht mit einer schere ein schaf scheren so gravel darf ich halt abbauen das ist so eine sache gravel hat jeder und jeder kann einfach gravel farmen gehen weil es halt auch überall ist das ist aber nicht sinn der sache das heißt so viel wie ihr solltet den gravel liegen lassen also ihr solltet jetzt nicht verschwenden versteht mich jetzt bitte nicht falsch aber ihr solltet jetzt nicht aktiv farmen gehen ich meine jetzt durch die piglin farm ist gravel sowieso naja relativ useless geworden als handelsangebot aber jetzt zum beispiel sand im desert paket dann darf man halt kein sand farm gehen natürlich kann ich an strand gehen und den sand da weg buddeln dass ich keine dias ausgeben muss aber es ist nicht sinn der sache deswegen wenn ihr das recht auf irgendwas nicht habt dann geht zum spawn und kauft es dass auch der handel da eben funktioniert sugar cane genau dasselbe dürft ihr nicht anpflanzen ihr dürft es als deko anpflanzen also wenn ich jetzt bei mir an einem fluss irgendwo ein paar hübsche sugar canes haben will oder bambus dann darf ich das machen als deko wir wollen ja schöne sachen bauen aber ich darf jetzt dann nicht wieder abfahren so weizen und also die drei crops weizen karotten und kartoffeln da werden jetzt wieder hier alle mich anschreien ja ich will aber weizen zur deko anbauen nee weil die story sollte von eurem königreich dann so sein ich habe das recht auf kartoffeln und karotten dann darf ich kein weizen anbauen und dann macht es auch keinen sinn wenn ihr weizen felder habt dann müsst ihr halt mit den karotten kartoffeln feldern leben deswegen habe ich auch keine weizen felder so versteht ihr was ich meine ich dürfte jetzt ihr kennt bestimmt erfwip den youtuber da habe ich auch viele bauideen her wenn der jetzt ab und zu ein zwei weizen büschel bei sich neben straßen baut dann ist es okay aber kein fettes feld okay also ich denke das ist jetzt verständlich dann hier das weed bundle pick bundle ist eben die verschiedenen sachen hier drin könnt ihr hier drüben nachlesen ich denke das ist dann soweit klar mit den handelsangeboten was ihr da machen dürft und was nicht bei fragen schreibt mir gerne auf discord oder in die youtube kommentare dann kann ich euch da helfen